Reiner Zufall. Immer reiner Zufall. Nö, dann hab ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Also, man sollte nie Bedingungen akzeptieren. Niemals. Auf gar keinen Fall. Verdammt, jetzt hab ich automatisch gebraucht. Oh Gott. Hab ich jetzt meine Seele verkauft? The world is not as it should be. It's filled with distortion. And ruin can no longer be avoided. Ah. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as tricksters. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. Ich bin der Trickster. Und jetzt werde ich das Böse klauen. Und jetzt um die Bein zu kommen. Und jetzt um die Feinsch. Und jetzt um... Und jetzt. Die Musik ist ja da. Die Musik ist ja der Hammer. Und damit ein herzliches Willkommen bei Persona 5 Royale und ich muss mich ja hier ein bisschen beeilen, weil ich glaube ich werde gerade gejagt. Das heißt, ganz ganz schnell hier raus, Kopf. Ja, ganz schnell hier weg. Nein, nein, ich bin nicht hier. Das ist nur ein Gerücht. Ähm. Die sehen nicht ganz normal aus. Der auch nicht. Ähm. Okay. Ähm. Angriff? Kann ich Persona-Skill benutzen? Okay, hier, tapferer Klingel klingt doch gut. Ich hab keine Ahnung was da gerade abgeht. Absolut kein Schimmer. Ja. Okay. Klassischer Rückzug. Was ist hier? Ja. Ich bekomme eine weile Geschichte. Ich gehe auf deinen Weg. Komm schon, rauf! Also, die Leute sagen Gefahr, aber die Musik sagt, mach Party, mach einfach Party. Ja. 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 Okay. Das war einfach. Wie geil ist das? Also Er macht es schon mit sehr viel Style Nicht immer der einfachste Weg Aber auf jeden Fall mit Style Doch kann ich Wenn jemand so viel Gegner auf einmal besiegen kann Dann bin ich es I'll end this right now Joker, es ist sie! Sie ist die wunderschöne Ich habe das Miss Joker? What design? My weak self relied on you so much Okay, wir haben jetzt Joker und irgendeine Mädchen, was genau so viel Style hat. Nur ein bisschen weniger Schockabkörper hat. Aus Gründen. Okay, hab ich auch so geil, wo ich einfach alle drauf... Okay, was passi... Was passiert hier gerade? Okay. So genau so seh ich das auch. Ich hab absolut keine Ahnung, was passiert ist. Aber hey, ich akzeptiere es. Gewonnen ist gewonnen. Schade News. Enemies-Backups gehören zu deinem Weg. Du musst es jetzt anrufen. Bitte geh. Ich werde es schwerer machen, um sie dich anzuprobieren. Du hast trotzdem etwas, was du als Phantom Thief tun musst, richtig? Dann werde ich dich nicht stoppen. Daher bin ich kein Mitglied der Phantom Thiefs, bin ich in keinem Position, um zu interferieren. Das du mich heiraten wirst, dann wir 16 werden. Ich kann mir nicht helfen, aber bei der Musik muss ich mit wobbeln. Er ist nicht allein. Find sie und schütze sie alle. Was ist etwas falsch? Die Exit sollte sich vor Ort sein sein. Du bist da. Das ist so wie es ist. Nach dem Motion, die Boden-Flohung ist komplett abgerissen. Hey, kannst du es machen? Ja. Sag niemals zu einem Dieb, dass da kein Weg ist, wo man rennen kann. Das ist der gröbste Fehler. Wenn irgendwo aufs Gleiter irgendeiner Ecke Shinichiku da auftaucht, dann flippe ich aus. Das gibt mir gerade solche Kaito-Kid-Vibes. Ihr ahnt es nicht. Sehr dumm gelaufen. Sehr, sehr dumm gelaufen. Ich denke, die Drogen war zu stark. 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 Was? Oder was? Du willst noch einen anderen Schuss? Was für die Kamera? Bist du, dass es als Video-Evidence möglich ist? Natürlich, ähm, natürlich nicht. Wieso, wer die Kameras kontrolliert? So, you're not that dumb. Which is good. Because we get to take as much time as we need. Ouch. And slaughtered too, yeah? Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it, huh? Okay. Die Frage ist, auf welche Beschädigkeitsgrad spielen wir? Ich würde sagen, sicher, die Wahl beeinflusst sich so wenig wichtig zu wissen, aber wir spielen auf ganz normal. You should know your place. Wieso trägt er jetzt eigentlich eine Schuluniform? It's a confession under your name. I see. I need your hand to sign this, bud. I don't care, if you end up losing a leg. Sehr gut. Bein oder Unterschrift. Don't expect a walk out of here in one piece. We are going to make you understand. One must take full responsibility for their actions. Und das zeige ich mit deinem Namen. Oh Gott. Wie heiße ich? Aber ist geil gemacht, so Moment Brokey Drache Ich will da nach links Danke Drache Brokey Okay Das ist definitiv mein Name Das hängt doch nach einem sehr bürgerlichen Namen Das ist besch... Ne, das ist nicht Ich habe kurz überlegt, ob das diese Badass-Frau sein könnte, aber ich bezweifle es Ich habe mich überlegt, es ist urgent. Es gibt etwas, was ich mit dem Begriff Nijima-san, ich glaube, dass dieser Fall noch nicht in deinem Begriff ist. Hier wird nicht aufgeheißen Es kann nur besser werden Ich habe mich überlegt, was ich mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist. Ich wollte doch nur Monster vernichten Ich glaube, sie meint quasi mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist. Ich glaube, sie meint quasi mit dem Begriff ist, was ich mit dem Begriff ist. Okay, wir starten also mit einem Rückblick. Hoffe ich. You are held captive a Prisoner of Fate to a future that has been sealed This is truly an unjust game Your chances of winning are almost none But if my voice is reaching you there may yet be a possibility open to you Okay, gerade wollten wir noch irgendwas klauen, jetzt müssen wir die Welt retten. Ich möchte definitiv speichern! Definitiv! Speichern abgeschlossen! Meine Damen und Herren, vielen Dank für uns mit uns heute. Wir werden in Shibuya kommen bald. Das ist die letzte Zeit für diese Linie. Bitte transfert hier für alle Subway-Line. Die Tür zu Ihrer Seite werden offen. Bitte, Hilfe! Oh! 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 Damn, brat! I'll sue! What? Are you for real? A mental shutdown? It's the truth! To a person, though? That's gotta be a joke. You really love all that occult stuff, don't you? You really? Do you really love you? You really love to be here. You're in the air! Of course Tokyo! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, der sorgt nur für die allgemeine Sicherheit. Es wäre aber nicht genug, wenn wieder ein Unfall geschieht, gehen wir nach Hause. Okay, also scheint hier manchmal was zu passieren. Es wäre echt ein geiler Paketboot, wenn er sagt, ach ja, der ist ja immer woanders jetzt, dann komme ich später einfach wieder. Das wäre echt... Ja, guck mal, der Polizist hilft mir jetzt bestimmt. Leblanc? Das Café in einer Seitengasse, hinter dem Tabakladen hier. Klingt nach einem, äh, oh Gott, sieht dieses Café aus. Also, in so einer kleinen Seitenstraße würde ich nicht unbedingt in ein Café gehen. A public transit bus was driven down an opposing lane, with its customers still in it. The citizens can't live in peace if this keeps up. Oh, how frightening. What could be going on? Didn't something similar happen just the other day? And down is the name of a shellfish used in pearl farming. Oh, right. They did say that was today. We'll be going now, the payments on the table. Thanks for coming. This place is in the back alley, so there's no worries of a car crashing in here. This is cool. Ey, wir sind nur hier, weil... Hier kann kein Auto reinkrachen, die Gefahr ist hier am wenigstens, also bleibt man keine hier. Ansonsten nicht. Ansonsten ist es hier scheiße. A what now? There's been a string of those rampage accidents, you know. I just hope that none happen around here. It's none of my concern. Well, see you next time. 4 hours for just a single cup of joe. Hat sich ja gelohnt. Du bist also Drache. Ja, das bin ich. Aha. I'm Sojiro Sakura. You'll be in my custody over the next year. I was wondering, what kind of unruly kid would show up. Have you been told? A customer of mine and your parents know each other. Well, not that that matters. Follow me. Ich glaube, der könnte sympathisch sein. Wirkt auf alle Fälle so. Okay, ich hab nix gesagt. Der will... Hier? At least give you sheets for your bed. Also, da sieht ja meine Bude noch aufgeräumter aus und mein Schlafzimmer ist... ...was ganz Besonderes. Okay. Okay. Moment, das ist eine Erwachsensache, wenn ein Mann jemand anderes bedroht und man dazwischen geht, dann soll man sich nicht... Okay, ich vergesse das mit Sympathisch, der Typ ist ein Arsch. Was ist das für eine Welt, bitte? Es ist besser, dass du nicht darüber sprechen, was nicht notwendig ist. Ich bin in der Restaurant-Business, you know. Behave dir selbst für den Jahr. Wenn nichts passiert, deine Probation wird geöffnet. Really, jetzt? Es ist die Worte, die mit dir verwendet ist. Deine Entschuldigung dauert bis zum nächsten Jahr, richtig? Das ist das, dass du hier für den kommenden Jahr sein soll. Okay, Shujin? Was ist Shujin? Shujin Academy, the school you'll be attending. Ah, okay. Es ist... Man beschützt eine Frau und man wird daraufhin behandelt, als hätte man gerade jemanden ermordet. Schön. Sehr schön. So, und was im Karton ist, erfahren wir das nächste Mal, wenn ich speichern könnte. Das schaffe ich aber noch. Also, äh, schaltet euch das nächste Mal wieder ein, dann spielt euch zack der Stelle weiter, glaube ich. Tja, ja. Bis zum nächsten Mal.